Hallo und willkommen zu einem weiteren Tavern-Talk. Ja, ich weiß, auf diesem YouTube-Kanal kommen gerade viele Tavern-Talks, aber das liegt auch einfach daran, dass es nicht so viel anderes zu zeigen gibt und da ich auch ein bisschen Freizeit habe und meine Themenliste ja immer sehr lang ist, dachte ich mir, hauen wir jetzt mal eins nach dem anderen raus. Und was wahrscheinlich aufgefallen ist und ja, es ist auch mir aufgefallen und es tut mir auch ein bisschen leid, die letzten Tavern-Talks waren alle so ein bisschen negativ behaftet, was ja aber vor allem daran liegt, dass der Tavern-Talk nicht ein normales Podcast-Tormat ist, um irgendwie aktuelle Themen zu besprechen, was halt nur manchmal passiert, sondern der Tavern-Talk ist eher dafür gedacht, wie der Name schon sagt, man trifft sich sozusagen mit Leuten in der Taverne, die Leute seid ihr und man spricht dann eben halt über ein bestimmtes Thema, was einen gerade beschäftigt. Und zwar nicht nur aktuelle Sachen. Und dann kommt zum Beispiel so etwas wie der Handwerks-Tavern-Talk zustande, wo dann auch irgendwelche überaus komischen Ideen auf einmal entwickelt werden, zumindest von mir und ihr antwortet dann eben halt als Kommentare darauf, weil mich halt brennend interessiert, was ihr darüber denkt, über das Thema an sich, über die Ideen und so weiter und so fort. Und da kommt natürlich öfters mal was Negatives rüber, weil neue Ideen kommen ja meistens dadurch zustande, dass einem irgendetwas beim aktuellen System nicht so ganz gefällt. Naja, so viel dazu. Da wir jetzt aber kurz vorm Jahreswechsel sind oder vielleicht jetzt schon im Jahr 2019 angekommen sind, wenn ihr diesen Podcast oder diesen Tavern-Talk hört, dachte ich mir, am besten ist es natürlich positiv, in ein neues Jahr hineinzugehen. Und deswegen habe ich mir für den heutigen Tavern-Talk überlegt, das Thema, wieso spielt man eigentlich WoW, wieso spiele ich WoW und danach dürft ihr dann ran in den Kommentaren ein paar Gründe nennen, wieso ihr eigentlich WoW spielt. Insgesamt sind mir acht Gründe dafür eingefallen, wieso WoW bei mir immer noch äußerst positiv ankommt, auch wenn mir einige Entwicklungen nicht ganz so gut gefallen, wie man vielleicht schon mal bei einigen Videoformaten herausgehört hat. Also, der erste Punkt, der bezieht sich auf die Grafik, auf die Animation und die generelle Gestaltung des Spiels. Ich höre oder lese öfters mal, hä, WoW, die Grafik, die ist so veraltet und scheiße, wo ich mir immer so denke, habe ich irgendwie eine Sehstörung? Denn vor allem in den letzten Erweiterungen seit Warlords of Draenor oder sogar schon seit Pandaria, sieht man so eine unfassbar positive Entwicklung in der Grafik von WoW, die es alle Male mit aktuellen Spielen aufnehmen kann. Der große Vorteil von diesem cartoonischen Look, den WoW eben anbietet, ist ja der, dass er zeitlos ist, aber nicht jeder cartoonische Look ist zeitlos, auch wenn man das so sagt. Ich finde, WoW ist äußerst gut gealtert, auch die klassischen Zonen, natürlich, die Texturen sind alle ein bisschen verwaschen und so weiter, aber ich gehe da immer noch gerne durch und ich denke mir nicht, oh mein Gott, ich kriege gleich irgendwie einen Krampf, dass Dinge aus meinem Mund herauskommen, die ich vorhin gegessen habe. In diesem Falle Müsli mit Joghurt, aber ich gehe mal nicht näher darauf ein. Wenn man sich als Beispiel, ich sag mal, Aion zum Beispiel anschaut, die haben ja versucht, eher so auf die realistische Schiene zu gehen und wenn ich dieses Spiel nochmal einschalte, ich habe es bestimmt schon mehrmals versucht, ich kann das nicht länger als eine Stunde maximal spielen, weil es sieht einfach so unglaublich schlecht aus, es ist sehr, sehr schlecht gealtert. SW Thor, also Star Wars The Old Republic, das hat ja auch eher so einen Comic-Look bekommen, aber auch das ist nicht gut gealtert. Ich finde, da sieht man halt, dass das Spiel schon älter ist. In WoW fällt einem das nicht so richtig auf und vor allem jetzt halt in Legion und in BFA, da haben die Entwickler nochmal alles herausgeholt, was ging und wahrscheinlich in der nächsten Erweiterung geht es nochmal ein Stückchen höher, so dass man wirklich denkt, das hier ist ein aktueller Spieletitel eben mit einer cartoonischen Grafik, was bei anderen MOs dann eben halt nicht der Fall ist, wenn da eine neue Erweiterung herauskommt, dass man sich wieder denkt, wow, da ist was komplett Neues und das sieht nochmal viel, viel besser aus. Die Kehrseite der ganzen Geschichte ist natürlich, dass von Erweiterung zu Erweiterung WoW immer ein bisschen anders aussieht, dadurch, dass es sich eh mal entwickelt hat und die alten Gebiete nicht angepasst wurden, aber zumindest was Gegnermodelle und Animationen angeht, da sind die Entwickler ja schon hinterher immer wieder Anpassungen vorzunehmen, wodurch dann auch die alte Welt ein bisschen besser aussieht. Da hat man dann aber wieder das Problem, dass neue Modelle in die alte Welt eingefügt werden, was dann auch wieder komisch aussieht, aber hey, zumindest arbeiten sie ja daran. Naja, aber der cartoonische Look ist ja nicht alles, was man sehr gut in WoW auch sieht, ist immer wenn man ein Screenshot von diesem Spiel sieht, weiß man einfach direkt, okay, das ist World of Warcraft. Es gibt kaum vergleichbare Spiele, die irgendwie diesen Grafikstil mit aufgenommen haben, weil ich finde auch der von WoW ist einfach sehr, sehr einzigartig. Es ist halt einfach ein super konzeptioniertes Meisterwerk, muss man dazu sagen. Es passt alles perfekt miteinander zusammen, die Farbgebung, alles harmoniert miteinander, auch wenn es knallbunte, cartoonmäßige Farben sind, sieht es trotzdem irgendwie realistisch aus, aber dann auch wieder doch nicht. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, das ist irgendwie schwer zu definieren, vor allem wenn man jetzt nicht Kunst studiert hat und irgendwelche Fachbegriffe da auswendig kennt. Aber vielleicht seht ihr das genauso wie ich, dass wenn man irgendwo hineingeht, man halt einfach so einen Wow-Effekt hat, weil es ist einfach alles abgerundet und miteinander stimmig. Auch jede Zone sieht ja immer anders aus, egal ob es der 2000. Wald ist, den man jetzt schon wieder bekommt, weil wir haben ja ganz viele verschiedene Wälder in diesem Spiel. Jeder Wald sieht irgendwie anders aus und man weiß genau, wo man sich jetzt befindet, weil da eben andere Bäume stehen, andere Blumen, andere Farben werden da benutzt. Und mit jeder Erweiterung überraschen die Entwickler immer wieder, weil sie sich wieder was Neues ausgedacht haben, weil sie sich die Welt angeschaut haben, also die reale Welt. Und da dann sehen, okay, wir nehmen jetzt diesmal diesen Stil und dann halt wiederum diesen Stil, sodass immer wieder was Neues dabei herauskommt. Und da können sich einige andere MOs wirklich was von abschneiden, weil es da halt immer so aussieht, ja okay, irgendwie kenne ich das schon, aber da steht jetzt vielleicht ein bisschen was anders herum als da. Aber im Endeffekt ist es immer der gleiche Einheitsbrei und das ist in WoW auf jeden Fall niemals der Fall. Zumindest fällt mir das nirgendwo so richtig auf. Jetzt kommt mal so ein kleiner Seitenhieb auf BFA, denn da kann man sehr gut erkennen, das was da eben halt nicht so stimmig ist in der Erweiterung sind die Gameplay-Mechaniken, die Spielmechaniken. Da haben die Entwickler diesmal vielleicht ein bisschen geschludert oder nicht ganz so perfekt gedacht. Aber was die Grafik angeht, da wird wieder 150% gegeben, also da kann man überhaupt nicht meckern. Wenn man in BFA meckern möchte, dann über das Gameplay, aber nie und nimmer über Grafik, Animation, Musik und so weiter, weil das ist einfach perfekt und da kann man den Artists auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Und wo ich gerade über Animationen rede, da ist WoW für mich auch einfach ein Beispiel, wie es laufen muss. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass es eben diesen cartoonischen Look hat und es da deswegen ein bisschen einfacher funktioniert, als bei irgendwelchen realitätsnahen Spielen oder Spielen, die versuchen realitätsnah zu sein. Ich nenne das immer gerne diesen Fluffiness-Faktor, weil alles ist in WoW einfach geschmeidig. Jede Animation sitzt, es ist immer eine runde Bewegung, es ist nichts hakelig, das Springen geht einher mit der Animation des Castens und des Laufens. Es sieht nicht aus, als würden wirklich nacheinander irgendwelche verschiedenen Animationen abgespielt werden, sondern man hat wirklich das Gefühl, alles fließt miteinander über. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber immer wenn ich ein neues MO-RPG spiele, dann schaue ich mir als allererstes an, wie die Animationen, vor allem die Charakteranimationen aussehen. Denn das, was ich ja die ganze Zeit auf dem Bildschirm sehen werde, ist mein Charakter. Deswegen muss er flüssig laufen, flüssig springen und auch alles andere muss einfach rundum perfekt sein, weil sonst kriege ich einfach immer irgendwann mal einen Anfall, da es nicht schön aussieht. Ich weiß, man könnte mir jetzt vorwerfen, du bist ja voll auf Animation und Grafik, nur was ist denn mit Gameplay? Ja, Gameplay first, sagen ja viele. Es ist egal, wie es aussieht, Hauptsache es macht Spaß. Das trifft bei mir auf ganz wenige Spiele zu, wo ich auch wirklich auf die Grafik keinen Wert lege, einfach weil das Spielspaß macht, aber da muss wirklich etwas hundertprozentig perfekt sein und das passiert selten. Deswegen ist es bei mir, vor allem bei MO-RPGs, halt immer so, die Grafik muss stimmen, sonst wird es direkt deinstalliert. Ich kann mit Final Fantasy zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, also Final Fantasy 14. Viele sagen ja, oh, das ist so ein cooles MO-RPG und von den Mechaniken her ist das bestimmt auch ziemlich cool, ich kenne das. Das Klassensystem und so weiter und das Handwerkssystem ist alles wirklich ganz stimmig und sehr viele RPG-Elemente mit drin, was mir an sich gefallen würde, aber die Grafik, die geht bei mir einfach nicht in den Kopf hinein. Die ist mir zu eckig, zu sehr, wird versucht wieder so realitätsnah zu sein, aber dann doch irgendwie nicht perfekt, so wie es sein müsste, zumindest für mich. Man muss ja immer sagen, Grafik ist eine unfassbar persönliche Empfindung. Jeder sieht das anders, das ist ja ganz normal, wenn es um Kunst geht. Jeder hat da so ein anderes Auge für und ich mag einfach diesen cartoonischen Look, weshalb ich zum Beispiel auch Wildstar, das MO, was ja leider jetzt abgeschaltet wurde im November. Super, unfassbar geliebt habe, weil da war es eben halt auch so, dass die Grafik mit WoW vergleichbar war und da war der Fluffiness-Faktor auch zu 1000% oben, weil alles perfekt abgerundet miteinander war. Okay, wir waren jetzt gerade bei Animationen, da meinte ich dann eher die Charaktermodelle, aber auch was Fähigkeiten-Animationen angeht, da ist WoW super cool, denn es stimmt halt einfach. Es sieht toll aus, wenn man seinen Feuerball castet, wenn man seine Heilige Nova castet. Natürlich sind einige Animationen immer noch veraltet, die gerne mal überarbeitet werden könnten, aber jetzt mit Legion und BFA wurden ja sehr, sehr viele Zauberanimationen verändert und die sehen super cool aus. Ich kann jetzt nirgendwo sagen, bäh, das sieht scheiße aus. Einige sagen ja zum Beispiel bei den Hexenmeister-Animationen, die jetzt erst vor kurzem eingefügt wurden, dass sie ihnen überhaupt nicht gefallen, weil da ja dieser ganz neue Art-Stil eingefügt wurde. Ich kann das auch nicht benennen, wie das heißt, dass halt diese heruntertropfenden Sachen immer da sind. Ich weiß nicht, wie das heißt, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Die finde ich super cool, einige mögen das nicht so, aber ich mag das. Und auch alle anderen neueren Zauberanimationen sind halt ziemlich cool und das macht WoW dann eben halt aus, zusammen mit der Gestaltung der Welt, dass das, ich weiß, ich wiederhole mich, perfekt zusammenpasst. Zu guter Letzt will ich dann auch noch beim Thema Grafik sagen, dass ich äußerst überzeugt davon bin, dass WoW sehr detailverliebt ist. Ich habe mal öfters schon gelesen, WoW, da ist überhaupt keine Detailverliebtheit mehr zu sehen. Die Entwickler knallen einfach nur noch alles hin. Wow. Ist das der Ernst von den Leuten, die so etwas sagen? Ich weiß nicht, schaut euch mal andere Spiele an. Da ist überhaupt keine Detailverliebtheit zu sehen. Die Städte sind da mega leer. Ja, ja, es ist alles riesengroß und die Welt ist ultra groß, aber dafür sieht das immer aus, als würde da nirgendwo jemand leben. Und das ist in WoW überhaupt nicht so. Vor allem ist die neueren Zonen, die Wälder, die Wüsten. Auch Voldun sieht super detailverliebt aus, auch wenn das eher so eine karge Wüste ist. Und Nasmir, dieser Sumpf, so viele Details, verschiedene Bäume, die Wasserspiegelungen und die verschiedenen Wasserfärbungen und wie dort dann NPCs hingesetzt werden. Vor allem spezielle NPCs, die jetzt nicht rumlaufen, sondern da halt einfach sitzen, was halt einfach auch wieder zu 100% passend ist. Und dann die ganzen kleinen Dörfer da hineingesetzt. Das sieht halt einfach so toll aus. Es hat schon einen Grund, wieso die Hauptstadtvideos, diese Stadtrundtourvideos, die ich in der Beta gemacht habe, über eine Stunde gedauert haben. Jeweils für Daza Alor und Boralus. Weil man da halt einfach so unglaublich viel entdecken kann. So viele Menschen, die da herumlaufen. Oder eher gesagt, NPCs sind ja nicht immer nur Menschen, sondern auch irgendwelche Trolle und so weiter. So viele Gegenstände, die da in den Häusern reingelegt wurden. Und irgendwelche Bäckereien in Boralus zum Beispiel, wo ganz viele verschiedene Kuchen und sowas stehen und Gebäcksachen. Oder natürlich auch die Tempelanlage der Sanalari-Trolle. Alles mit den goldenen Verzierungen und den Pflanzen und den Wandbildern und so weiter. Also wer da sagt, WoW ist nicht detailverliebt, da kann ich wirklich nur den Vogel zeigen. So, nun habe ich schon 10 Minuten über den ersten Punkt geredet. Das ist aber auch der längste gewesen tatsächlich. Weil Grafik für mich halt einfach ein sehr, sehr, sehr entscheidender Faktor ist. Genauso wie Animationen und es sind so viele MOs bei mir einfach schon durchgefallen, weil die Grafik da nicht gestimmt hat. Auch wenn sie innovative Systeme hatten, hat alles andere nicht so ganz stimmig gepasst. Und deswegen konnte ich es einfach nicht spielen. Vielleicht sind da draußen Leute, die ebenso denken wie ich. Die WoW unter anderem wegen der Grafik immer noch spielen. Und nicht unbedingt wegen dem Gameplay, was eigentlich so ein bisschen traurig ist. Aber ich sage ja nicht, dass es primär so ist. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal zum nächsten. Was nehme ich mir denn da? Okay, ich nehme erst mal die offene Welt, weil das passt sehr gut zur Grafik. In vielen anderen MOs ist es so, dass immer noch irgendwie Ladebildschirme kommen. Zwischen irgendwelchen Zonen, was unter anderem auch oft daran liegt, dass die Grafik-Engines heutzutage natürlich immer gewaltiger werden. Und es da dann nicht mehr so gut funktioniert, dass eine riesige offene Welt kreiert werden kann. Das ist wirklich in wenigen Spielen nur noch so. Von Kontinent zu Kontinent in WoW ist es natürlich auch noch so, dass da ein Ladebildschirm gemacht wird. Aber ich finde es immer so faszinierend. Östliche Königreiche und Kalimdor. So eine unfassbar riesige Landfläche, die man komplett ohne Ladebildschirme bereisen kann. Das war für mich schon immer früher faszinierend und heutzutage ist es irgendwie immer noch faszinierend. Und zwar werden die Kontinente an sich kleiner als die von damals, aber trotzdem kann man sie halt immer noch bereisen. Und diese Übergänge zwischen den Zonen sind ja auch immer sehr schön gestaltet. Das ist nicht einfach plopp. Da ist jetzt eine neue Zone, die komplett anders aussieht und auf einmal wird aus grün-weiß. Sondern man hat halt wirklich diesen schönen Übergang und auch, dass die Himmelsboxen sich dann entsprechend immer anpassen. Das sieht alles äußerst toll aus, auch wenn dieser Übergang von Himmelsboxen nicht immer so perfekt ist. Weil es schon unlogisch ist. Es ist eher so ein bisschen fröhlich und so weiter und auf einmal wird es schlagartig düster. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Denn ich mag es einfach, dass man diese offene Welt komplett bereisen kann, ohne von irgendwelchen nervigen Ladebildschirmen belagert zu werden. Und da stimmt es mich dann auch immer so ein bisschen negativ oder traurig eher gesagt, wenn wir so viele Portale und überall so Sachen herumstehen haben, wo dann immer doch ein Ladebildschirm kommt. Weil es halt einfach auch besser gehen könnte. Ich weiß, schnell reisen ist ein wichtiger Aspekt heutzutage bei meiner Lieblingsschnell-Schnell-Mentalität. Man will natürlich relativ schnell von einem zum anderen Fleck kommen. Aber wäre das alles nicht der Fall, dann würde man halt auch sehr viel mehr von der Spielwelt sehen und sehr viel mehr auch dieses Gefühl haben, dass man eine zusammenhängende Spielwelt hat. Und nicht eben, dass man von Portal zu Portal zu Ruhestein zu Pfeife des Flugmeisters und weiß ich nicht, was alles reißt. Sondern eben halt, dass man durch diese offene Welt herumreitet, herumschwimmt oder was auch immer. Ich kann das relativ gut mit Elder Scrolls Online vergleichen. Da ist es nämlich so, dass die Entwickler äußerst stark Wert darauf legen, dass die Leute halt sehr viel laufen und reiten und nicht eben sich die ganze Zeit herumzeleportieren. Da gibt es zwar ein Schnellreisesystem, aber das kostet halt eben auch immer ein bisschen mehr Geld, wenn man das benutzen möchte. Und deswegen reitet man vielleicht lieber auch. Und da ist es dann halt zum Beispiel auch nicht so, dass man in einen Dungeon reingeschickt wird oder halt eher gesagt in eine Höhle. Und da gibt es dann halt relativ schnell wieder einen Ausgang. Sondern da muss man dann halt auch wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist zwar nervig, das war in WoW früher auch so. Irgendwann hat man das dann alles geändert, weil es halt nervig war. Aber wenn man das dann mal wieder so spielt, dann merkt man eben, wieso das auch gemacht wurde. Eben damit alles so ein bisschen länger dauert, man ein bisschen mehr in der Welt herumreist und so weiter. Was in WoW jetzt halt nicht mehr der Fall ist. Aber trotzdem ist WoW für mich immer noch relativ weit oben an der Spitze, was die offene Welt in einem MO-RPG angeht. Ich weiß nicht, wieso so viele MOs heutzutage Ladebildschirme einfügen. Das ist halt wirklich immer so ein bisschen nervig und zeigt halt, nee, das hier ist keine offene Welt, sondern das ist halt relativ viel instanziiert hier. Und bevor das hier jetzt jemand in den Kommentaren schreibt, ja, ich weiß, es gibt in Elder Scrolls Online auch viele Ladebildschirme. Aber ich meinte jetzt nur das Beispiel mit dem Herumreiten und immer wieder zurückreiten und so weiter. Und dass es da wenige Schnellreisemöglichkeiten gibt. Nächster Punkt ist das Quest-Erlebnis in Klammern heutzutage. Früher war das Quest-Erlebnis in WoW natürlich nicht so geil. Sehr viel sammle hier und töte da und sehr viel herumlaufen und so weiter. Wobei ich das jetzt nicht als mega kritisch ansehe. Aber was ich halt meine ist, heutzutage ist es halt wirklich, man erlebt diese Geschichte sehr viel besser. Wenn ich an das Lordaeron-Szenario vom Anfang von BFA zurückdenke, das war einfach so ein Mindblown für mich, als ich das zum ersten Mal in der Beta gespielt habe. Weil es hat sich halt wirklich wie so ein Singleplayer-RPG angefühlt. Das war so schön, oder das ist so schön umgesetzt worden. Und dann geht es halt weiter nach Buranus oder nach Daza-Aloa mit der Einführung in die Stadt und so weiter. Das war so ein cooles Erlebnis. Und dann eben halt in die drei verschiedenen Zonen, was alles sehr schön durch Zwischensequenzen und durch Ingame-Cinematics umgesetzt wird. Wenn man mal in andere MOs reinschaut, da ist das heutzutage auch schon sehr oft so, dass ein sehr, sehr hoher Stellenwert auf das Erzählen von Geschichten gelegt wird. Und in WoW ist man dann eben halt auch irgendwann immer weiter in diese Richtung gegangen. Man kann das noch sehr stark verbessern, vor allem was Vertonung angeht. Ich finde es sehr, sehr schade, dass immer noch so wenig vertont ist, wenn man mal ehrlich ist, in WoW. Sogar die Kriegskampagne, da ist sehr selten was vertont, vor allem jetzt bei den neuen Kapiteln, wo ich mir eigentlich denke, das hier hätte jetzt schon vertont werden können. Diese Floating Head-Boxen, wie sie sie nennen, die in Legion eingeführt wurden, also diese Boxen mit dem Kopf links und dem Text rechts, die manchmal kommen, während man Quests spielt, die können auch sehr viel öfters eingesetzt werden. Und dass man halt einfach weniger lesen muss und mehr hören kann, das wäre sehr viel schöner. Und ich wünschte mir, dass sie das eben halt auch weiterentwickeln in WoW und nicht eher so einen Rückschritt machen. So habe ich nämlich das Gefühl, dass das von Legion zu BFA eher weniger als mehr geworden ist. Ich hoffe, das liegt nur daran, dass die Erweiterung zu schnell rausgekommen ist. Kleiner Kritikpunkt. Aber ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr in WoW, dass sie da eben eigentlich immer weiter vorangehen mit Cinematics, mit Zwischensequenzen, mit Vertonung und vielen anderen Tools, die sie da benutzen. Auch eben halt die Tatsache, dass sehr viel mehr Storyquests immer reinkommen. Mit jedem Patch werden ja die Storyquests jetzt eingefügt, was ja auch schon in Legion zum Beispiel teilweise der Fall war. Aber jetzt ist es irgendwie noch mehr. Hier die Storyquests von Saurfang, die mit Vol'jin, die besondere Storyquest mit Jaina, die man dann eben halt hatte zum Abschluss von der Levelphase in Kul Tiras und so weiter und so fort. Da machen sie halt sehr, sehr, sehr viel mehr als früher. Und das gefällt mir äußerst gut. Viele sagen ja, ah ja, aber die Geschichte von WoW, die ist nicht mehr so gut wie früher, irgendwie seit Chris Metzen weg ist, bla bla, das alte Kommentar. Da könnte ich jetzt wieder einen einstündigen Monolog drüber halten, aber das lasse ich jetzt einfach mal sein. Nein, es liegt nicht daran, dass Chris Metzen weg ist, denn er war immer noch an der Storyentwicklung auch beteiligt von dem, was wir heutzutage spielen. Weil Story wird relativ lange im Voraus geplant, natürlich nicht so detailliert, aber schon die Ecken und die Kanten. Und er war sich wohl sehr stark darüber bewusst, was Sylvanas macht und so weiter. Also das ist nicht seine Schuld, wie das jetzt läuft, falls man das negativ sehen möchte. Ich mag die Geschichte von WoW und das ist ein äußerst, äußerst, äußerst großer Grund, wieso ich WoW auch immer noch gerne spiele. Weil ich einfach wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht. Der Witz an der Sache ist ja, heutzutage durch YouTube und Data-Meinung und allem drum und dran, kann man die Geschichte natürlich auch erleben, ganz ohne, dass man das Spiel spielt. Aber wenn man es spielt, dann erlebt man das alles natürlich nochmal ein bisschen besser. In der Zeit, wo ich nicht so viel gespielt habe, vor allem Wars of Draenor, da habe ich überhaupt keine Ahnung von der Geschichte gehabt, weil ich sie auch nicht verfolgt habe. Was ich eigentlich auch immer noch bereue. Ich habe mir heute immer nur ein paar Videos angeschaut und habe dann halt so quasi auch wieder nur die Eckpunkte mitbekommen. Aber wenn man mal ehrlich ist, so wichtig war die Geschichte jetzt auch nicht von Draenor. Dadurch, dass es ja das alternative Universum war, richtig los ging es dann ja erst wieder mit der brennenden Legion und dann halt der Übergang zur Legion, was ich dann natürlich auch wieder alles mitbekommen habe. Und das fand ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache. Jetzt ist zwar wieder dieser Krieg zwischen Allianz und Horde im Fokus, aber ich bin so, so gespannt darauf, wie es dann mit Azshara weitergeht und N'Zoth und auch dem Herz von Azeroth Magni möchte ja immer noch die Welt heilen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es da dann eben halt weitergeht und freue mich da schon sehr drauf, was wir dann in Patch 8.2 und wahrscheinlich auch in Patch 8.3 erleben. 2.5 wird dann ja eher wieder so ein kleiner Patch, wo eher weniger Story kommt, genauso wie 8.1.5. Jetzt geht es weiter mit Punkt 4 und den würde ich auf jeden Fall in die Top 3 setzen und das sind Raids und Dungeons. Es gibt für mich, ganz ehrlich, kein vergleichbares Spiel, wo die Raids und Dungeons so perfekt sind wie in WoW. Und das ist glaube ich auch das Steckenpferd von Blizzard in WoW, die Dungeons und die Raids mit den ganzen Mechaniken, die natürlich auch immer noch sehr schön aussehen. Aber das Thema hatten wir ja schon, aber es geht mir vor allem um die Mechaniken. Jetzt mal ganz außen vor gelassen der Schwierigkeitsgrad, darüber konnte man jetzt auch wieder ewig lange philosophieren. Aber ich finde es halt einfach so faszinierend, wie WoW es schafft, dass die Bosskämpfe immer cool und spannend sind, dass da so viel passiert. Und andersherum finde ich es immer so komisch, wieso das viele, viele andere Spiele nicht hinbekommen. Offensichtlich ist es ja sehr, sehr schwer, solche geskripteten Bosskämpfe in einem MO einzufügen. Ich habe da jetzt keine große Erfahrung mit. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viel Fehlerbehebung und Testing vorhanden sein muss, damit das alles so rund klappt wie in WoW. Wo ja auch öfters noch Bugs auftreten und Balancing-Schwierigkeiten entstehen. Wahrscheinlich hat das auch alles was mit Erfahrung zu tun, die jetzt in den letzten 14 Jahren gesammelt werden konnten von den Entwicklern. Vielleicht kriegen das deshalb so viele andere Spiele nicht hin. Es gibt wirklich nur ein paar wenige, die man an einer Hand abzählen kann und eigentlich sogar nur an drei Fingern und bei mir sogar nur an zwei Fingern. Nämlich auch da wieder Wildstar. Da war es halt so, dass auch dort die Rates und Dungeons einfach super gut waren und vergleichbar mit WoW. Weshalb es auch der Grund für mich war, wieso ich WoW nicht mehr spielen musste. Weil es halt eben einen anderen Top-Player für mich in der Liste gab, den ich dann eben halt längere Zeit gespielt habe. Weil ich da dann eben halt nichts vermissen musste. Wenn ich dann andere Spiele spiele, wo ich dann mal in Dungeon gehe, da ist man dann irgendwie 10 Minuten drin. Man kämpft sich da einfach nur durch und ist am Ende fertig und man weiß gar nicht, was passiert ist. Das ist halt ziemlich schade. Ich meine, in den normalen Dungeons von WoW ist das heutzutage leider auch eigentlich so. Vielleicht dauern die dann mal 15 Minuten. Das ist dann aber auch so das Höchste der Gefühle. Aber wenn es dann in Rates geht, da hat WoW auf jeden Fall die Oberhand. Ich meine, natürlich wiederholen sich Mechaniken auch immer. Natürlich rausrennen und dann abspotten und hier und da Gruppenheilung, keine Ahnung. Aber irgendwie schaffen sie es trotzdem mit jedem Raid was Neues zu bringen. Und es gibt schon so unglaublich viele Encounter in dem Spiel. Und ich bin eigentlich immer sehr fasziniert davon, dass sie es trotzdem hinbekommen, wieder Neuheiten einzufügen, die man so noch nicht kannte. Also ich glaube, da ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Und da kann man auch wieder nur den Hut ziehen, dass sie genau das schaffen. Auch wenn die Grundmechaniken die gleichen sind, verpacken sie sie einfach anders, wodurch das dann wieder anders wirkt und man auch irgendwie ein bisschen was anderes machen muss. Und das ist eine schöne Sache, die ich in keinem anderen Spiel derzeit kenne wie in WoW. Und um das nochmal zu erwähnen, ist es ja auch ganz wichtig, dass das so perfekt ist mit Dungeons & Raids. Weil der Hauptteil des Endgames von diesem Spiel besteht ja eben halt aus diesen beiden Dingen für die entsprechenden Gruppengrößen, im PvE-Bereich zumindest. Und wäre das nicht so, wie es aktuell ist, dann wäre man davon sehr schnell gelangweilt. Ich gehe trotzdem immer noch gerne, jetzt nicht unbedingt die vollen sechs Monate in ein Schlagzug rein, sondern vielleicht so vier Monate. Und dann denke ich mir auch so, langsam könnte jetzt mal was Neues kommen. Aber Mythisch Plus Dungeons zum Beispiel, da geht man jetzt eine ganze Erweiterung lang immer in die gleichen Instanzen rein. Und trotzdem freue ich mich immer noch in den einen oder anderen Dungeon reinzugehen, weil ich hier einfach gerne spiele. Und das macht es dann eben halt aus, wo man sagen kann, sehr gute Arbeit geleistet. Gehen wir weg von dem Spiel an sich und gehen eher auf etwas anderes ein, nämlich das Bezahlmodell. Wir haben ein Abosystem und kein Ingame-Shop, so richtig. Ich meine, es gibt einen mit ein paar Pads und Mounts und irgendwie kommt da in letzter Zeit immer mehr hinzu, was ich ein bisschen unschön finde. Aber dazu gleich mehr. Was mich immer sehr freut, ist eben halt das Abosystem. Und es gibt keine richtigen Vorteile, die man sich mit mehr Echtgeld kaufen kann. Das regt mich immer so stark in anderen Spielen auf. Man sagt zwar immer, ja, du musst es ja nicht kaufen, du kannst das ganze Spiel auch free spielen oder eben halt pay to play. Also du musst das Spiel einmal kaufen und kannst dann eben halt für immer kostenlos spielen. Aber für mich persönlich ist es immer ein negativer Beigeschmack, wenn es einen Shop gibt, wo sehr viel drin angeboten wird. Sei es auch nur kosmetische Sachen, es ist für mich einfach so ein Wehmutstropfen, von wegen, ja, man könnte das aber auch einfach als Spielinhalt einfügen. Schalte über Erfolge Pads und Mounts frei oder Kostüme, schalte über wirklich spielbare Inhalte irgendwas frei und so weiter. Aber nein, es muss halt in den Shop eingefügt werden, damit Leute das mit Echtgeld kaufen, damit das ganze Spiel sich finanziert. Und das ist halt so ein großer negativer Teil, den ich überhaupt nicht mag an Free to Play oder an Buy to Play Spielen, dass dieser Shop einfach nur existiert, auch wenn ich ihn nicht benutzen muss. Weil da sind dann aber ja auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, das trifft jetzt nicht auf alle Spiele zu, aber auch viele, Inventar erweitern. Oder aber, dass man zum Beispiel eine Handwerkstasche besitzt, wo man sich dann überhaupt nicht mehr darum kümmern muss, dass man irgendwie Platzmangel hat. Oder man kann sich, keine Ahnung, schnellere Instanzabklingzeiten kaufen. Man bekommt mehr Erfahrungspunkte, mehr Gold, mehr irgendwas. Was man kriegt, weiß ich nicht. Es gibt da viele, viele Beispiele. Vielleicht erhöhtes Reittiertempo. Und auch wenn es nur ein Prozent ist, es ist einfach etwas, was ein anderer Spieler mehr bekommt, dadurch, dass er eben halt Geld bezahlt. Zusätzliches Geld, muss man dazu sagen. Und das ist alles nicht schön. Und deswegen freue ich mich einfach, dass WoW immer noch das gute alte Abosystem hat, wo man sich keinerlei Vorteile kaufen kann. Auch wenn es nur irgendwelche Utility-Sachen sind. Sobald irgendwas gekauft werden kann, was einem einen leichten Vorteil bringt, bin ich traurig, auch so für Zeichen. Und was Pets und Mounts angeht, ja, ich bin da auch immer sehr negativ gestimmt, was der Ingame-Shop angeht in WoW. Denn all diese Pets und Mounts sehen halt super toll aus und so weiter, aber man könnte sie auch als spielbarer Inhalt irgendwie in das Spiel bringen. Wie gesagt, Erfolg oder Dungeon oder Rätsel oder keine Ahnung was. Nein, man bringt das eben halt als zusätzliche Einnahmequelle für Blizzard mit rein. Und das ist blöd, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich klopfe jetzt mal auf den Tisch, nämlich auf den Holztisch. Hoffentlich hält das noch ein bisschen länger an. Der nächste Punkt, ja, der ist so ein bisschen paradox, muss ich sagen. Denn es geht eben halt darum, dass ich es toll finde, dass man schnell was in WoW machen kann. Was bedeutet das? Ich kann mich einfach einloggen. Ich kann schnell ein paar Weltquests machen, dadurch die abgesandten Quests abschießen und dadurch eine tolle Belohnung bekommen. Ich kann schnell mich für eine Dungeon-Gruppe anmelden. Ich kann schnell ins PvP gehen. Ich kann schnell Kriegsfronten spielen. Ich kann schnell Insel-Expeditionen machen. Ich kann schnell, was kann ich denn noch schnell machen? Ich glaube, das war es so ziemlich an Endgame-Inhalten, die ich aktuell irgendwie schnell mache. Ach so, vielleicht einen Übergriff spielen, was jetzt mit Weltquests verbunden ist. Aber es geht halt alles sehr, sehr schnell. Und am Ende gibt es immer irgendeine Belohnung, über die ich mich eventuell freuen kann. So. Ihr wisst ja ganz genau, dass ich von der schnell schnell Mentalität aber eigentlich nicht so begeistert bin. Und das ist jetzt eben halt das Paradoxe daran, was vielleicht auch der Grund ist, wieso Blizzard das Ganze überhaupt macht. Denn es hat ja schon Sinn, wieso man etwas schnell schnell machen soll, weil es halt langweilig ist, wenn man erstmal Leute finden muss, wenn man irgendwo ewig lange hinreisen muss, um etwas erledigen zu können und so weiter. Wenn ich jetzt nach einem Arbeitstag nach Hause komme, will ich ja nicht jetzt erst irgendwelche anstrengenden Sachen machen oder irgendwelche langweiligen Sachen, damit ich dann danach irgendwann das machen kann, was ich eigentlich machen will. Sondern ich will direkt was machen, was Spaß macht. Genauso wie ich zum Beispiel Overwatch spielen kann. Ich drücke einfach einen Knopf, dann wird ein Match gefunden und dann kann ich das spielen. Oder gleiches gilt für Heroes of the Storm oder Hearthstone oder StarCraft, wenn ich jetzt online spiele. Ich kann einfach über einen Knopf drücken und kann dann sofort das spielen, was ich möchte. In einem MORPG war das eben aber früher zumindest nicht der Fall. Ein MORPG ist eben eine große, offene Welt, wo es eben halt nicht darum geht, einen Knopf zu drücken, um etwas spielen zu können, sondern es geht darum, seinen Charakter irgendwo hinzubringen in dieser Spielwelt und mit ihm dann eben halt Inhalte zu spielen. Das hat sich halt sehr stark verändert in WoW und da muss man sich jetzt eben diese grundlegende Frage stellen. Was will man? Will man eben halt das machen, was man machen möchte, ohne dafür viel zu tun? Oder möchte man eben halt dieses RPG-Feeling haben? Ich kann auch nicht sagen, ich hätte jetzt gerne Pizza, sondern ich muss erstmal den Pizza-Service anrufen. Ich muss darauf warten, das wird dann irgendwann geliefert und so weiter oder ich muss erst nach oder zu Rewe, Edeka, Penny, was weiß ich, wo ihr alle hingeht, hingehen, mir die kaufen, den Backofen anmachen, reintun, warten und dann kann ich sie irgendwann essen. Ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen komisch, aber vielleicht merkt ihr, worauf ich hinaus möchte. Es kostet halt immer Zeit, bevor ich irgendwann das bekomme, was ich wirklich haben möchte, was ich spielen möchte jetzt wieder, um es auf WoW zu münzen. Und natürlich wäre es cool, wenn ich einfach direkt diese Pizza hätte, aber es ist halt eben nicht so. Und wenn es aber so wäre, dann würde sich der Mensch an sich auch wieder stark verändern. Wie gesagt, der Vergleich hinkt ein wenig. Natürlich, wenn ich direkt immer genau das Essen hätte, was ich haben wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich vom Umfang her ein wenig anwachsen, weil das natürlich alles sehr, sehr viel leichter und schneller geht. Ich würde mich weniger bewegen, ich würde auch weniger kommunizieren mit anderen Menschen, wo ich das vielleicht bestellen würde. Okay, durch Internet und so weiter ist das heutzutage eh generell so, aber wenn ich jetzt einkaufen gehen würde, würde ich da auch weniger auf andere Leute treffen. Mir würden vielleicht andere Sachen gar nicht einfallen, die ich vielleicht noch einkaufen müsste. Wie gesagt, ist jetzt alles ein bisschen übertrieben, aber es führt halt einfach dazu und das ist der Punkt, dass der Mensch sich so ein bisschen verändert. Und dadurch, dass in WoW halt alles immer ein bisschen einfacher geworden ist, schnell das zu erreichen, was man möchte, haben wir uns halt auch sehr stark verändert, wie wir das Spiel spielen. Und ich bin halt immer sehr skeptisch, ob das überhaupt nochmal jemals geändert werden kann, dass man so ein bisschen zurückrudert, dass WoW eben nicht nur das Klicken, Spaß haben und Ausloggen ist, sondern dass man wieder etwas dafür tun muss. Dass man diesen Spaß haben kann. Aber, wie gesagt, der Mensch hat sich verändert. Ich finde es auch gut, dass ich das machen kann, weil wenn ich keinen Bock habe, diese Voraussetzungen zu erfüllen, dann kann ich mich trotzdem einloggen und schnell was spielen. Und ich dann nicht einloggen, weil ich mir denke, nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock, falls ihr wisst, was ich meine. Und einerseits finde ich das gut in WoW, andererseits finde ich das halt nicht so gut, weil es halt zu vielen anderen Dingen führt, wodurch WoW vielleicht eher in eine negative Richtung rutscht, aber das ist ein anderes Thema. So, das war jetzt alles ein bisschen kryptisch. Ich bin guter Dinge, dass ihr das verstanden habt, was ich meine. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal schnell zur nächsten Geschichte. Und das ist das Balancing in WoW. Ich weiß, Balancing, oh mein Gott, so viel Kritik und im Forum und überhaupt auf Reddit und Theorycrafting, alles ist scheiße. Und überhaupt, ich bin nie oben im Damage und was soll die Scheiße überhaupt? Das ist alles so schlecht gebalancet. Alle Klassendesigner müssen sofort gefeuert werden, aber wir blicken mal kurz zehn Jahre zurück, oder nee, eher elf bis zwölf Jahre. Classic und Burning Crusade, Balancing war da überhaupt nicht vorhanden. Es gab halt immer ein paar Leute, die ganz, ganz, ganz weit oben im Damage waren. Einige, die konnten überhaupt nichts, die konnten dafür über andere Dinge, weil man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten. Früher war es nicht so, es gab Tank, DD und Heiler, sondern es gab halt auch einfach die Supporter, die eben nicht die besten DDs sein sollten, und die vielleicht auch einfach ein Hybrid sein sollten, dafür halt spezielle Eigenschaften in den Kampf reingebracht haben, die andere nicht hatten und so weiter. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so der Fall, wobei die Entwickler ja wieder in diese Richtung gehen wollen. Fest steht aber, wenn wir jetzt mal nicht von den Ultra-Hardcore-Mega-Genen ausgehen, wo jedes Damage-Pünktchen rausgequetscht wird, nein, die meine ich nicht, sondern ich gehe eher von der allgemeinen Masse aus. Man kann mit jeder Schadensausrichtung, ich rede jetzt erstmal nur von Schaden, oben im Damage-Meter irgendwann mal ankommen, je nachdem mit wem man auch zusammenspielt. Und da zählt dann eben halt auch der eigene Spieler-Skill zu. Einige Klassen und Ausrichtungen sind einfacher zu spielen als andere. Ganz klar, Tierherrschaftsjäger zum Beispiel gehört eher in die einfachere Richtung. Und andere Klassen, zum Beispiel der Schattenpriester, die spielen sich dann ein bisschen schwerer. Aber das ist, denke ich, auch gewollt, denn es muss ja auch nicht dieser Einheitsbrei stattfinden. Es gibt Spieler, die wollen nicht so viel, ich sag jetzt mal, Gehirn da reinstecken, eine gute Rota zu fahren, sondern die wollen es ein bisschen legerer angehen, trotzdem oben im Damage-Meter sein. Andere, die wollen diesen komplizierten Aspekt haben, die wollen nicht einfach nur die ganze Zeit drei Tasten drücken und damit zufrieden sein, sondern die wollen viele verschiedene Tasten drücken und irgendwelche Mechaniken ausnutzen und hier und da und tralalala. Und deswegen gibt es dann eben halt einfache zu spielende Klassen und schwere zu spielende Klassen. Aber trotzdem ist es mit allen möglich, guten Schaden zu fahren, was halt früher nicht der Fall war. Und das freut mich halt immer an WoW. Ich muss jetzt nicht sagen, oh, ja, aber wenn ich das und das spiele, dann mache ich überhaupt keinen Schaden und dann werde ich auch nie mitgenommen und so weiter. Ich weiß, in mythisch plus 12, 13, 14, 15, 20 Instanzen ist das natürlich trotzdem leider immer noch der Fall, dass nur die Top-Player auf Doom mitgenommen werden. Aber ich rede ja weiterhin eher von dem allgemeinen Content, auch mythisch plus Dungeons bis Stufe 8, 9 oder 10 kann man mit jeder Klasse spielen, meiner Meinung nach. Auch danach kann man das immer noch. Aber es gibt halt natürlich immer die Leute, die nur die Besten mitnehmen wollen, was ja verständlich ist. Das ist eine Spielergruppe für sich. Da ist das auch erlaubt und das ist mir auch ganz egal. Aber auch wenn ich jetzt mit meiner normalen, ich sag mal eher casual-mäßigen Gruppe unterwegs bin, ist es egal, ob ich ein Feral-Druiden spiele, ob ich ein Verstärker-Schamane spiele, ob ich ein Furohrkrieger spiele, ob ich ein Schattenprieser spiele oder was weiß ich, ein Frostmagier, Feuermagier. Ich werde immer mitgenommen, weil sie halt einfach auch von mir wissen, dass ich ein guter Spieler bin und aus dieser Klasse alles rausholen kann, wozu ich fähig bin. Und das reicht dann eben halt auch einfach aus. Und das war früher nicht so oft der Fall. Da war es halt einfach so, dass die Zahlen, die einprogrammiert sind, höher waren von bestimmten Aussichtungen, Klassen als andere. Da war das Banning-Sync eben halt nicht so gut. Aber heute ist es egal, was ich spiele. Ich kann mit allem irgendwas reißen. Ich weiß, ich war jetzt die ganze Zeit nur auf dieser Schadensschiene. Beim Heilen ist es meiner Meinung nach auch immer noch so. Es gibt natürlich die besten Heiler und die schlechtesten Heiler, aber auch da immer situationsbedingt. Genauso wie beim Tanken. Und ich rede ja hier auch nicht vom Hardcore-Bereich, um das zum 20. Mal zu sagen. Bestimmt gibt es da Leute, die jetzt den Kopf schütteln und sich denken, wow, der redet hier nur Dünnpfiff, was bestimmt bei einigen Videos der Fall ist. Aber für mich persönlich, für meine Spielergruppe, mit der ich mich umgebe, Heroische Wades, Mythisch-Plus-Dungeons bis zur Stufe 9 und 10, ist das vollkommen perfekt, so wie es ist. Und da bin ich immer äußerst positiv gestimmt. Ich mag es eigentlich auch, dass die Entwickler immer wieder herumspielen mit den Klassen. Es gibt niemals ein perfektes Belling-Sing. Es führt ja, glaube ich, auch einfach nur dazu, dass man das Gefühl hat, dass alles so immer so rundum gut ist, weil die Entwickler ja immer die Zahlen verschieben. Dadurch, dass wir 36 verschiedene Ausrichtungen haben, wobei jetzt nicht alle Damage sind. Ich weiß nicht, wie viele Damage-Ausrichtungen das sind. Ich glaube, ich würde jetzt mal kurz überschlagen und sagen, irgendwie was mit 22 Stück oder so, ohne das nachzurechnen. Es gibt jetzt, sage ich mal, 22 Damage-Ausrichtungen und das Belling-Sing wird halt immer wieder herumgeschoben und immer wieder ist irgendwer anders, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Aber vom Durchschnitt her ist es halt eigentlich immer gleich und jeder kann eigentlich mit dem, was er spielt, irgendwas reißen. Jetzt gibt es aber nochmal so einen kleinen negativen Hieb, tut mir auch leid. Aber der Grund, meiner Meinung nach, wieso man alles spielen kann in WoW und trotzdem immer sich positiv fühlen kann, ist halt, dass das Klassensystem von WoW schon eingeschränkt ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es vielleicht in BFA irgendwie eine Tiefe verloren hat. Nein, es ist ja schon seit Cataclysm so, dass wir dieses neue Talentsystem haben und wir haben auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, unsere Klasse so ein bisschen anders zu skillen, sondern wir sind Wiederherstellungsdroide, wir sind Arkan-Magier, wir sind Verstärker-Shamane zum Beispiel. Es gibt da keine Variationsmöglichkeiten. Natürlich, durch Talente kann ich das alles so ein klein bisschen anpassen und es gibt da auch so bei einigen Ausrichtungen wirklich coole Alternativen. Aber an sich gibt es halt natürlich immer diese Cookie-Cutter-Bilds. Irgendwas funktioniert immer am besten und das wird man auch niemals loswerden, bin ich ganz offen. Das geht nicht. Dadurch, dass es in WoW aber sowieso eher eingeschränkt ist, muss man das auch nicht loswerden, weil es halt diese 36 verschiedenen Ausrichtungen gibt. Das, was man gerne spielt, das spielt man und dann ist man glücklich damit. Wenn man sich jetzt zum Beispiel andere MOs anschaut, da ist es jetzt eventuell nicht so, dass man nur ein, weiß ich nicht, Feuermagier ist oder nur irgendwie so ein heilender Priester oder sowas, sondern da ist es dann vielleicht so, dass man ein sehr offenes Klassensystem hat. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, was nehme ich denn mal, Elder Scrolls Online. Da ist das zum Beispiel so, man kann alle Waffen ausrüsten, man kann alle Rüstungen ausrüsten, man kann ganz viele verschiedene Fertigkeiten skillen, die alle nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber dadurch ist es halt eben möglich, komplett verschiedene Builds wirklich zu erschaffen. Man hat immer verschiedene Fähigkeiten und macht damit dann eben verschiedene Dinge. Man kann als Magier in Nahkampf gehen, man kann aber auch in Fernkampf gehen und setzt dann zum Beispiel andere Fähigkeiten ein. Das ist jetzt alles rudimentär gesagt, natürlich müsste man da jetzt noch 10.000 andere Sachen bedenken, aber wer Elder Scrolls Online kennt, der weiß wahrscheinlich, was ich meine, man kann da komplett frei sich skillen. Dadurch entstehen aber natürlich Cookie Cutter Builds, man kann, wenn man möchte, einfach irgendwas tun, wie man gerade Lust hat, weil es hübsch aussieht oder weil man die Spielweise mag, ist dann aber wahrscheinlich nicht wirklich weit oben im Schaden. Wenn man sich an die Cookie Cutter Builds hält, wo die Theory Crafter sich alles ausgerechnet haben, was am besten passt und so weiter, dann hat man eben natürlich das, was man vielleicht nicht spielen möchte, aber man hat halt eben den besten Schaden. In WoW ist es dann eben halt umgekehrt, denn da hat man immer den Schaden, den diese Ausrichtung macht, weil es gibt halt nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Auch da hoffe ich wieder, dass ihr jetzt verstanden habt, was ich meine. Es ist eigentlich schade, dass man so wenig Customization Optionen hat, bei der Klasse an sich in WoW, aber wenn es diese geben würde, dann würde es eh wieder Cookie Cutter Builds geben. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, ich persönlich finde es tatsächlich cooler, wenn man Auswahlmöglichkeiten hat, einfach weil das zeigt, das System ist tief und die Theory Crafter können da viel herum experimentieren. Auch wenn es nachher Cookie Cutter Builds gibt, man muss sich da nicht unbedingt dran halten. Das ist halt echt ein sehr schweres Thema und ich glaube Blizzard hat sich einfach entschieden, wisst ihr was, wir schaffen es eh nicht, die Cookie Cutter Builds aus der Welt zu schaffen, deswegen bieten wir selbst jetzt einfach diese Cookie Cutter Builds an und man kann durch Talent halt einfach nur ein bisschen variieren, hey, möchte ich mehr Flächenschaden machen, hey, möchte ich mehr Crowd Control haben oder möchte ich zum Beispiel mit meinem Begleiter spielen oder ohne meinen Begleiter und mehr Variationen bieten wir einfach nicht, weil es nützt ja eh nicht so viel. Kommen wir jetzt zum letzten und finalen Punkt und dieser nennt sich Erinnerungen, Freunde und alte Inhalte. WoW ist ja jetzt 14 Jahre alt, was schon ein Applaus wert ist, denn kein anderes Spiel ist irgendwie vergleichbar mit WoW, was sich so lange auf dem Markt aktiv gehalten hat, mit immer wieder neuen Inhalten und immer noch sehr, sehr vielen aktiven Spielern und das ist halt schon eine Hausnummer. Nächstes Jahr 15 Jahre, da darf man sich bestimmt auf ein großes Event freuen. Naja, durch diese vielen Jahre, die es jetzt schon auf dem Markt ist, wurden natürlich auch sehr, sehr viele Inhalte eingefügt, die alle teilweise noch spielbar sind, jetzt mal abgesehen davon, dass mit Cataclysm die ganze alte Welt überarbeitet wurde, aber es ist ja halt einfach so, wenn man nicht unbedingt mit Classic angefangen hat und immer alles durchgespielt hat, sondern vielleicht zwischendurch mal eine Pause gemacht hat, nicht hinterher kam und so weiter, dann kann man weg von den aktuellen Inhalten gehen und zu den alten Inhalten gehen und da alles mögliche nachholen, Sammelzeug sammeln, Erfolge machen, generell einfach Questen und so weiter und so fort, das kann man alles heutzutage noch machen und die Entwickler fügen ja auch netterweise manchmal noch Inhalte ein in alte Raids zum Beispiel, irgendwelche Pets und Haustiere oder Gott weiß was für andere Sammelsachen, wo man dann wieder so ein bisschen dazu gebracht wird, in die alte Welt reinzugehen. Und einige von euch wissen, ich bin ein großer Verfechter davon, dass sie sehr viel mehr die alte Welt mit einbeziehen sollten, aber das ist halt ein anderes Thema. Fest steht halt, dass man sehr viel in WoW machen kann, dadurch, dass es halt schon so alt ist und wenn ich jetzt ein ganz neuer Spieler bin, dann ist das sogar vielleicht sogar fast schon ein Nachteil, weil es so viel gibt, was man machen könnte, wenn man jetzt mal vom aktuellen Content genug hat, aber ich denke, an sich ist das eher ein großer Vorteil, dass man so, so, so viel nachholen kann. Ich persönlich sehe, das war immer noch als ein Grund, wieso ich WoW spiele, aber ich nutze das Ganze nicht mehr so stark, weil ich auch gar nicht mehr so viel Zeit habe, um das alles nachzuholen, was ich zum Beispiel auf Draenor verpasst habe, aber vor allem in WoTLK und Cataclysm, das war so eine Zeit für mich, was daran lag, dass da sehr, sehr lange Durststrecken auch waren am Ende des Addons, bis das nächste rauskam, dass ich halt die ganzen alten Sachen nachholen konnte. Ich habe da sehr viel Ruf bei alten Fraktionen gesammelt, ich habe viele Twinks hochgespielt, ich habe die ganzen Meister der Lehren Erfolge gemacht, ich habe sehr, sehr, sehr viel rumgesuchtet, um die ganzen alten Inhalte endlich zu absolvieren und die ganzen Zähler von wegen X-Mounts und X-Haustiere und X-Erfolge hochzubringen und das hat schon an sich für mich auch Spaß gemacht und ich denke, dass es heutzutage für viele Spiele auch noch immer Spaß macht, eben sich durch die alten Erweiterungen durchzuwühlen. So, das war einer von drei Teilen, kommen wir weiter zu den Erinnerungen. Natürlich, das ist bei mir auch der Fall, immer wenn ich in die alte Welt geschickt werde und dann, weiß ich nicht, wenn ich durch Loch Modan fliege, dann denke ich daran, wie ich damals mit meinem Gnomhexenmeister da durchgelevelt habe, wie ich da die Kobolde in der Höhle vermöbelt habe, wie ich da und da mal gestorben bin oder wenn ich an der Dunkelküste bin, dann denke ich an meinen Druiden, den ich da durchgespielt habe. Wenn ich in der Grand bin, denke ich an meinen Verstärker-Schamanen, wie ich mega oft da gestorben bin, als ich die Nessing-Verry-Quest gemacht habe, weil ich damals noch die Lusche in Person war. Wenn ich in der brennenden Steppe bin, dann denke ich daran, wie ich damals stundenlang durch diese Höhlensysteme da rumgeirrt bin und immer wieder was Neues gefunden habe und immer wieder begeistert davon war, weil ich da zum ersten Mal in dem Gebiet war und so weiter und so fort. Diese nostalgischen Gedanken kommen einfach auf und das ist etwas, was für mich in WoW immer so eine schöne Sache ist, wenn man eben halt zurückgeschickt wird und dann diese allen Erinnerungen hochkommen und das ist halt auch ein großer Faktor, wieso ich das Spiel so gerne mag, weil da eben die ganzen Erinnerungen drin stecken und da kommen wir nämlich jetzt eben halt auch zu den Freunden. Das ist so ein Aspekt, der sich auch gewandelt hat, finde ich. Also früher war es halt so in WoW, man war halt wirklich so eine festgefahrene Clique. Gilden haben wirklich sehr starke Bedeutungen gehabt. Man musste eigentlich in der Gilde sein, um irgendwie viel erreichen zu können. Man hat sehr oft Freunde kennengelernt oder neue Freunde kennengelernt, eher gesagt. Man hat mit denen zusammengespielt und so weiter. Man hat da wirklich sehr viel diesen sozialen Gedanken auch gehabt. Heutzutage durch eben einloggen, klicken, spielen, ausloggen, ist das alles weniger geworden, leider. Und deswegen ist der Grund heutzutage auch gar nicht mehr so stark vorhanden. Aber vor allem für Leute, die schon länger das Spiel spielen, ist das glaube ich noch da, nämlich, dass man das Spiel wegen der Freunde spielt. Man hat Leute in WoW kennengelernt, die immer noch WoW spielen und man möchte mit denen zusammenspielen. Sei es in der Gilde, sei es einfach nur so Freunde, vielleicht auch Real-Life-Freunde, das geht natürlich auch immer gerne. Man hat vielleicht auch immer diesen Konkurrenzgedanken so ein bisschen. Der strebt mich zum Beispiel persönlich an. Von wegen, wenn er jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gehuhn-Heroic gelegt hat, dann muss ich das natürlich auch noch machen. Deswegen muss ich weiterspielen. Wenn er irgendwie ein besonderes Item bekommen hat und so weiter, wenn er ein höheres Item-Level hat, wenn er eine höhere PvP-Wertung hat oder was weiß ich, dann spornt mich das so ein bisschen an, dass ich auch weiterspielen möchte, damit ich ihm beweisen kann, das kann ich auch und vielleicht sogar ein bisschen besser. Ja, und davon lebt für mich auch so ein bisschen WoW, weil immer noch viele, die ich kenne, das einfach spielen und ich gerne mit ihnen zusammenspiele. Ich höre leider immer öfters diese Begründung, wieso man aufgehört hat mit WoW oder wieso man denkt, dass WoW nur noch schlecht wird, nämlich, ja, alle meine Freunde loggen sich nicht mehr ein, schon seit ein paar Monaten, Kurs nach BFA-Release haben sie schon wieder aufgehört und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist, glaube ich, nicht nur dummes Gerede, sondern das ist tatsächlich so, wenn man halt einfach weniger Leute hat, mit denen man zusammenspielen kann, da vergeht einem dann vielleicht auch die Lust. Natürlich gibt es heutzutage Gruppensuche und alles, wodurch WoW sehr gut auch im Alleingang gespielt werden kann, aber wie immer im Leben macht es mehr Spaß, wenn man es zusammen mit Freunden machen kann. Das war das Wort zum Montag. Ich bin fertig mit meiner Liste an Gründen, wieso WoW für mich einfach immer noch ein super gutes MO ist, was ich gerne spiele, auch wenn ich hier und da öfters mal oder vielleicht auch viel zu meckern habe. Wäre etwas perfekt, dann wäre es auch langweilig, so sagt man zumindest immer. Ich habe noch nie etwas 100% Perfektes erlebt, deswegen kann ich das nicht bestätigen, aber irgendwie wird das ja immer behauptet. Wer weiß, ob das stimmt. Nun seid ihr aber an der Reihe, unten in die Kommentarreihen, eure Gründe, wieso ihr WoW spielt. Natürlich nicht so ausgearbeitet jetzt vielleicht wie ich, das dürfte zu äußerst langen Kommentaren führen, aber gerne einfach mal so ein paar Stichpunkte, eure Hauptgründe, wieso ihr immer noch an WoW festhaltet, wieso ihr das gerne spielt und so weiter. Alles einfach da unten rein. Ich bin sehr gespannt, das zu lesen. Vielleicht entdecke ich da auch Gründe, wieso ich WoW spiele, was mir aber noch gar nicht bewusst war. Ihr wisst so im Hinterkopf dann so Sachen, die sich aktivieren, wovon man sich selbst nicht bewusst ist. Das ist auch immer eine lustige Geschichte. Ich sage danke fürs Zuhören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein schönes neues Jahr 2019. Mögen eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Auf Wiedersehen oder Hören.